Musik Und das erste Tor für Oerdingen mit der ersten Chance Und das war der Innenverteidiger, der Kapitän, Herr Christopher Scheuch Schöne Flanke, schöner Freistoß durch Jan Bullock Also, knappe, 15 Stunden gespielt Scheuch und in der Mitte hier, schöner Kraftball durch Der Kapitän, Herr Christopher Scheuch Und das ist sein zweites, der VfB Stuttgart Die zweite Mannschaft gegen die Stuttgarter Kickers Auch da geht es um die Kamillensbetze genau so Auch hier in das 2.1 für Oerdingen Klasse gemacht Yes, baby, Schreiter Hier wieder, Rukhol Der aufgersteigte Wittesheitsspieler Dreißigsteier Samuane Vorlade von Grünen, dann Chessa Und dann auch der Führer Und dann mit Leeds Da hätte es nichts lieber, besser dranbleiben sollen, zehnte von Alexander Pitrupp kommenden Glücklich dann hier, das ist wieder die Führung und das zweite Tor durch Lukas Musculus. Lange hat es ja dann nicht gehalten, das 2 zu 2, 3 zu 2, Mürtingen, Lukas Musculus, seine sechste Saisontor. Siebenundfünfzigste Minute, also vier Minuten nach dem 2 zu 2, erneute Führung für Hürtingen. Und auch hier, Abwehrbolzen ohne mich, aber auch die beiden perfekt angenommen, ganz bei dieser wunderbar untergestreichelt, Felix Kleber und Alex Kleber. Dann kommt nochmal Schwertschäger mit, der kann das eigentlich richtig stoppen. Trotzdem Kefkir mit einer Wolle Flanke Richtung Tor, da kommt Kripp! Tor! Und diesmal hat Sven Rache aber mächtig gepennt. Was läuft? Tor! Kefkir schlägt den Ball einfach mal. Eigentlich blinkt Wolle in den Strafraum. Alle rechnen damit, dass der Torhüter sich den Ball runterpflückt. Elgut springt hoch und leftet den Ball mit dem Kopf. Und diesmal ist, dass der Torhüter gehen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017